So, da sind wir auch schon wieder. Also ich habe mich ein bisschen gelesen. Das scheint ein bekannter Bug zu sein. Eine der Sachen, die helfen, ist das, was wir schon gemacht haben, nämlich die Elementarwächter nicht zu killen und den Großen zu killen. Was wir aber leider nicht mehr machen können, weil ich so tof war und keinen weiteren Safe gemacht habe. Das heißt, ich andere, was noch helfen könnte. Nach Beschreibung ist es hier, ein anderes Quest zu triggern. Was ich dadurch versuchen kann, dass ich eh Riesenärger noch wieder in der Leiste habe. Das kann wahrscheinlich auch der Grund sein, dass Riesenärger irgendwie das Quest blockt. Wenn ich jetzt also einfach an ihm vorbeilatsche. Sollte ich das anpissen? Ja. Okay, das aktiviert diesen Bug. Gebt mir aber den Feinstein. Das war's. Also ja, es kann wirklich sein, dass die Quest da ein bisschen kaputt macht. Was woll'n? Okay. Äh... Ja. Überschreiben wir nochmal den hier. So sind wir riesenärgerlos geworden. Nehmen wir nochmal das Portal. Hoffen, das bringt uns von Braga weg. Ja. Geh nochmal hier durch. Okay, das hat schon mal nicht gefruchtet. Was woll'n? Da siehst du, was wir versuchen können. Also ja, wir kommen beim frohen, munteren Debuggen. Ist das Gebiet verlassen? So. Jetzt werde ich nicht speichern, sondern einfach zum Startmenü zurückgehen. Und das... Autosave laden. So. Wird da reingehen. Und merken, dass das nichts gebracht hat. Was woll'n? Nice. Was? Okay. Das heißt, wir gehen ins Startmenü. Letzte Sache, die wir ausprobieren können. Dann laden wir das Let's Play wieder. Falls gleich schwarz wird oder Stadtbild. Nicht wundern. Ich hab' nochmal kurz rausgetappt. Meine Stimme solltet ihr allerdings hören. So. Mal kurz. Das Letzte, was ich probieren kann. So. Ihr solltet wieder alles sehen. Ah. Da ist die Konsole. Okay. Äh. Sehen interessante Daten da aus. Okay. Ich kann sie nochmal kurz schließen, denke ich mal. Oder nicht? Ah. Okay. Mit Escape. Ich denke mal nicht, dass sich jetzt da was mit der Erdenklinge getan hat. Nein. Also. Auch wenn das ein bisschen Hacking jetzt ist. Tippen wir mal das ein. Ich weiß nur nicht, ob man das ohne Ding eintippen muss. Achso. Und wenn das so da mit... Also Mittelstrich. Ok. Ich da, hier hinten, das Minus. Oh, da muss ich da. Nö, okay, man muss ohne eingeben. Dann muss man Quest Solve. Geschweifte Klammer Quest ID gleich 167 Eingeben und dann Quest Begin Quest ID gleich 168 8 So Ah Gut Nur damit ihr auch alle gesehen habt, was ich gemacht habe. Die Wächter sind besiegt. Ihr habt den Fluch bezwungen. So nehmt den Preis. Diese Klinge wurde mit der Kraft der Erde für euch geformt. Sie soll unseren neuen Bund besiegeln. So, Erdenklinge. Jetzt reicht Skavik die Erdenklinge. Genau. Was? Mehr haben wir hier auch nicht mehr zu tun. Das heißt, ich kann das hier wieder zumachen und wieder reingehen. Gut. Entschuldige dieses kleine Intermezzo. So, als nächstes gehen wir aber mal kurz zum Haus des Ordens. Wir haben da nämlich noch eine andere Quest, wo wir gucken müssen, ob sie verpackt ist. Wenn ja, ist es doof. Oh, und das ist natürlich auch nicht so toll. So, doch. Oder hat sie hat sie hier irgendwas getan? Ne, gerade nicht. Äh, Tanara hätte ich gerne. Ah, ihr Sch... Ja, Miria sagt, ihr könntet diese dunkle Seide gebrauchen. Miria sagte... Ich? Hm, nicht direkt. Alleine ist diese dunkle Seide wertlos. Erst wenn sie mit Lichtseide zusammengewoben wird, erwacht ihre Kraft. In den Zeiten des Zirkels fertigte man so Roben von großer Macht. Nun, da ihr für uns euer Leben riskiert, Krieger, ist es wohl nur gerecht, wenn ich euch unterstütze. Bringt mir zu dieser dunklen Seide noch zwei Teile Lichtseide. Dann werde ich euch eine solche Robe fertigen. Ihr findet Lichtseide bei den Phantomspinnen der Düsterlande. Okay. Ja, du sucht nach zwei Teilen von der anderen Seite. Tja, Düsterlande. Die Düsterlanden waren wir doch schon, oder? Ja, da ist Sandow immer noch. Nö, in den Düsterlanden waren wir doch gar nicht. Okay. Also ja, und bei der Gelegenheit kann ich Krieger Rodger gegen den Kämpfer austauschen. Kann ihm Ausrüstung geben. Wobei das Teil eigentlich besser ist, wenn er dadurch ein bisschen mehr brennt. Hm. Das hier oder? Nee, das hier sicher nicht. Ausdauerwendigkeit. Ja. Kriegt er den? Die Hose da. Also die werde ich alle verkaufen, weil die mag ich absolut nicht. Kriegt er die? Guten Lederhelm. Ja, es war ein. Der Feinstein. Beliebiger Kampfkunst 6. Ist gleich mal so schlecht. Was für Fähigkeiten hast du? Weiße Magie Natur. Dann kriegst du einen Stärkering. Lehrlingsring. Jawohl. So, südliche Windwallberge. Windholm. In dem Winter wollen wir auch, dass die Klinge gefertigt wird. Nithalfs Stärke mit euch, Mensch. Was sagt ihr zu dieser Klinge? Nithalfs Barth. Eine Erdenklinge. Kann man sie verwenden? Ihr benötigt einen Griff, der sie halten kann. Ich kann euch einen anfertigen, wenn ich das richtige Material bekomme. anche bird. Die Klinge.